hey leute willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen folge heute sind wir wieder ein geocäser es fängt ja schon mal toll an wenn die irgendwo neben wo kann ich nicht bewegen ich schätze mal hallo hallo was auch immer hatte kann ich die schrift ist es nicht irgendwie ich weiß es nicht leute genau antarktis da ist es ich würde mal hier in diese richtung gehen ich mache jetzt einfach mal ich werde bereuen ich glaube ich werde bereuen ich werde perfekt ist war ungarn es war ungarn das wäre doch eigentlich relativ in ordnung würde ich mal sagen wer kennt sich leute irgendwo im nirgendwo wisst du was legt mich am arsch ich mache einfach mal dort wetten ist es falsch ja es war eigentlich relativ in ordnung oder leute ja eigentlich eine gute tat was zweiter weltkrieg oder ghetto das ist auf jeden fall ghetto ich will die schrift was auch da sind kran ist das hier irgendwie keine ahnung wo wir sind weißt du ich mache jetzt irgendwo nur russland alter das war richtig gut eigentlich schon wieder hier irgendwo in warte mal mars was 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 ist das ja ok äh ich werde bereuen ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde bereuen ich werde bereuen ich werde ich werde bereuen wir sind jetzt ich habe es bereut aber letzte location für heute im disco aus das ist relativ in ordnung hoffe ich mal jäh warten daten hier schon wieder American 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 Great Again wow so und das war richtig gut das war eigentlich relativ gut außer das hier mit ihrer und so es war besser als unsere letzte Folge auf jeden fall das war es mit dieser kleinen Folge gibt ein Abo da auch ganz schön Leute